was das andere zogen mit anderen zogen morgen jungs und willkommen zurück auf ein neues runde nummer drei du hast mich habe gewirkt und es war nicht gesagt hallo mädels genau sagt dann binde auch auf dem fischmarkt so was die hand hast du jetzt und was ist dann passiert ja du hast hier panos gebaut also kommt ja kommt es war schon eine schwache leistung ich bin jetzt nicht bei dem roten ficht auf dem catwalk hier ein bisschen overturnen gemacht bist du da durchgegangen ich wollte halt nix in den linken legen eine gute show auf dem catwalk was war denn das hier ein bisschen lang gegangen jetzt aufgepasst da habe ich versucht da mal rein zu gehen da haben wir 3 und 1 kommen wir glaube ich rein oh das ist eine karte level level 2 ich weiß die karte die spielkarte weg und eine batterie becher empty cup kann man da was rein machen eine hand schade cup of hand kann man nicht gebraucht werden nein nimm doch mal was würde ich übergebracht äh falsch rum oder hä ne von da das ist jetzt eine verbindung zwischen zwei gängen aha seems like da muss doch was sein noch eine verbindung zwischen gängen und noch eine und noch eine und noch eine und noch eine was steht da 939 ah ok endothermic pack based predators which display atrophy of various systems similar to trogodrobitic organisers also ein raubtier ein rotes ja sehr viele fremwörter skins are highly permeable was to moisture and translucent red irgendwas mit feuchtigkeit ja wahrscheinlich eine feuchte haut aber ist ja egal imitieren die menschen die menschen das haben wir schon ich wollte es nochmal hier verdeutlichen in dieser episode falls wir da runter gehen ok das ist uninteressant aber gibt ja das sind jetzt wir alle gänge die wir jemals so gesehen haben oder ja es kann nicht sein dass sie alle verbunden sind halt echt halt echt voll die ganze section ja wusst klar kann ich jetzt nicht mehr hey was ich hab doch gerade eben geworfen hast du schon nicht versehentlich wieder aufgehoben nein in einem anderen raum ah das ist diese ah ich glaube das ist ein sqp da hab ich doch mal was gelesen im forum was 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 so ein raum der sich wiederholt man siehst du das ja guck mal was da passiert ja der ist unendlich ja ich komm noch nicht mehr raus Endless hallway ich komm noch nicht mehr raus du es mal drückwärts aha wir haben geschafft ah das ist glaube ich hier 970 wenn ich mich nicht täusche ich kann mich aber gerne hier korrigieren wenn ich falsch liege aber ich glaube 970 müsste das sagen ja ja 970 deswegen sage ich ja das ist 66 sagt mir damit jetzt nichts 970 war vorher schon bekannt nämlich dass ich jetzt einfach mal da drin sein wird kurze Schrexikon 939 ist ja unser roter freund da im keller und 66 sagt mir jetzt mal gar nichts sehr gut was was cute euch wir haben ja schon im part 1 gesagt ist für eine neuerung es gibt dass du spielst viel spaß da dauert es auf jeden fall auf und kann wahrscheinlich auch drückwahrer mega behindert aus was war das von zauber was eine sprich drauf und zumal der computer war das ja keinen keinen mtf oder sowas jetzt auch recht oder ist dunkelmann ist dunkler geworden jetzt haben wir vorsichtig man das ist bestimmt auf zogen und der wälder nicht von die boys alle hast du das schweig da liegt ein zogen wie das ist ein mtf oder sogar ist das ein guard da kommt jetzt gleich raus oder weiß ich nicht laufen einfach durch der kunde rennen einfach laufen langsam wenn wenn du die tür hast kannst du da rennen meinst du da steht auf das die zombies haben neues design die zombies haben neues design das ist ein zombie steht da ich habe mir den challenger gestern schon mal durchgelesen da ich meine der zombiearzt war bis jetzt nicht da aber der kann aufzug fahren der kommt jetzt da raus oder willst du noch mal in den raum gucken aber der kann nicht aufzug fahren da steht doch irgendwo dass der jetzt immer auftaucht ja eigentlich schon zumal ich dann noch mal raus hier wortwörtlich scp 049 room can't be just passed through without encountering 049 nachher kommen wir da auch zu der kommen ja auch gar nicht ach du musst jetzt in den raum rein und sind zu du musst ihn aktivieren so so ist es gemeint das ist ein zombie ganz klar schaut in seinen komischen malen die augen das ist das neue design das ist einfach ein zombie ja wie der läuft dann das möchte ich sehen aber da kannst du die tür da aufdrücken hast du da gerückt und da hinten ist auch ein zombie damals gewesen ich weiß nicht ob der jetzt auch noch da liegt machs, komm, machs die tür ist so komisch blau nicht dass er dann zugeht und wir dann gefangen sind ja ja der schaut anders aus guck ich dir mal an was macht der? kommt er? geh nochmal hin soll er speichern? ja hier drin ist gar keine gute idee ist egal guck ihn bitte mal an ja Grüß 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 Achtung, du darfst hier nicht aus dem Auge Ah, pity oh, nett WASH was? Der andere, der andere, der andere Zombie, der andere Zombie Treg-Moom Ach, die war richtig schnell nicht aber ich bin jetzt ein bisschen angeschlagen du hast doch noch ein Pack, MediPack ein Schauskopf das braucht aber auch Zeit bis ich das hier einsetzen kann ja und dann muss du sie zu früh öfter werden setzen ja und dann musst du jetzt so früh öfter werden, ja und dann bist du jetzt so früh ich bin verletzt leck mich im arsch ein kommt jetzt ein ding ist ein komm wie lang bis da ist ein zombies die laufen so langsam das ist ja gar nix die mensch ist doch nein oder kommt doch den generatoren gemacht ja und bis zum scheuß unheimen als ich dort sind die ganze vorbeurte das ist ganz rechts aber abend aber noch was zu wollen zu tun das kann ich vielleicht ein mehr der Kammes Prozent der Sack bitte wussten wahrscheinlich das war's gut das ist gut bis zum Dumpf dann hast du nicht gerechnet und jetzt nein nein bitte das ja schlau ich dachte und wir frei was auch packen machen wir ich dachte dass wir stirbt man jetzt bist du so komisch wo das kommt Das wäre jetzt incendi-legal. Ja, sonst kann ich ja die Zombies killen vielleicht. Ja, und die halte ich wieder, ne? Ja. Versuch mal um die Zombies rumzukommen. Dann ist das der Betreide, oder? Ja, egal, versuch da jetzt wegzukommen. Was willst du denn heute noch? Du sagst es, du sagst es, du sagst es. Du bist irgendwie von dem hier ein bisschen... Guck mal, ich werde immer blöder irgendwie. Ja. Der gibt dir ordentlichen Trip. Der vielleicht... Gibt dir doch nicht mehr incendi, sondern der macht einen... Das halt. Der macht dich psychologisch kaputt. Ja, komm jetzt geh halt mal weg, oder? Weil er kann sich nicht bewegen. You're feeling weak from the blood earth. Der macht irgendwas für uns. Wie doch jetzt? Mach die Kaffe lang. Geh jetzt bitte weg. Ich kann nicht mehr aufstehen. Ich bin jetzt schon am Boden. Du läufst ja auch mit. Und was musst du denn machen? Ja, dann kommen jetzt die Zombies wieder. Ja, wir müssen sterben. Ja, wir müssen sterben. Ja, wir müssen sterben. Ja, wir müssen sterben. Ja. Ist der Generator aktiviert oder gibt es einen zweiten Schalter? Müssen wir hier ein bisschen gucken, ne? Viel Spaß. Oder in dem Raum. Ach nein. Oh, der zuckt schon. Ja, ach fuck. Ja, geh doch mal. Du musst irgendwas machen. Alleine kommt er nicht. Toll. Jetzt mit dem Generator. Nein, oder? Da drüben ist noch was. Ist es? Ist es? On. Ja, Generator. Wieso mal. Ja, wann habe ich ihn gespeiert? Habe ich das davor oder danach gemacht? Keine Ahnung. Und jetzt in die Richtung? Ja. Hallo hat er gesagt, oder? Ja. Hallo hat er gesagt, oder? Von an der Greetings gesagt. Ich grüße deinen. Bitte, 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 bitte. Generator steht das. Generator on, oder? Ja. Ja. Gott sei Dank. Boah, das ist ja richtig schlimm jetzt. Das ist ja richtig schlimm. Wir fahren nicht. Was haben wir mit den vielen Bugfixes? Was? Was? Drück halt nochmal. Ich stehe da. Jetzt fahren wir. Wir fahren. Oh mein Gott. Leute. Richtig mies ist das. Richtig mies. Ah. Oh, ein neuer Zettel, oder? Für den Mann. Wann ich nicht? Ich schmeiß er die anderen Zettel weg? Ja, will ich doch. Und die scheiß Kappen brauchen wir eigentlich. Ich würde mir den brauchen, ne? Bloodstained Note. Ach, das ist ein Kappter. Da ist jetzt die Glocke. Setz die Glocke ein. Boah, boah, boah. Oder was? Nee. Oh, da ist der Containment, die Containment Zelle von SEP 0, äh, von 106. Da kann man direkt mit der Karte von. Tutte nur einsperren. Ja, guck mal, man kann uns hier voll weitzähnigen wie von sein. Wie soll das doch ein Megadunkel? Echt? Ich glaub schon. Warte. War da. War da. Was man eben bekommt, ne? Tja. Guck mal, jetzt kannst du da alles hin. Boah, ist kein Nachtsichtgerät, ne? Oh, Level 4. Sehr schön. Das heißt, die kann man bekommen. Und... Sie sind nämlich hier voll wie das Ding. Cool. Runder geht. So, Sound an. Boah. Wo geht die Transmission? Hallo? Sie ist vielleicht nicht mehr. Keine Ahnung, das ist brutal. Weil es zu BRORTAL war. BRORTAL. Wie kann man nicht so seltsam? BrORTAL. Ein bisschen schade. Der Gehr hat den Schalter. Der ist Flatsch machen. Nee, der hat schon fast genug Zeit. Drei, zwei, eins. Klingt Successful. Ich hoffe doch. Ich hoffe, dass uns jetzt niemand entgegenkommt. Treppen kann echt schwer steigen. Okay, der schwarze Freund kommt schon mal nicht mehr in die Köhre. Aber pocket damage muss man sich auch ändern, das steht fast am Ende. Ja, das sehen wir dann aneinander. Nee, steht als allerletzten Punkt, man kann jetzt leichter den pocket damage einkommen. Ja, das ist... Das ist doch schon mal was. So, das geläutet, ne? Oh, da war's grad blurry. Da war nix. Oder? War's da blurry? Kein Scheiß, ja. Ich hoffe nicht. Speichern mal. Ja. Viermal, klar. Nächstes Mal fünf. Na ja, da kommt jetzt keiner mehr, da haben wir ja jetzt hier. Den haben wir contained. Ich bin mir nicht so sicher, der kommt vielleicht nicht mehr. Ja. Aber weiß, was es da jetzt für neue SAPs gibt. Oh ja. Also ich... 0,66 weiß ich, wie's mein Mann was ist. Lufthaus behindert sich ja auch den Geld eigentlich. Das einzige SAP, was jetzt noch fehlt, ist 0,66. Das ist nur... Not very smart. Was ist hier los? Was wird zu? 0,66. 0,66 fehlt jetzt noch. Ist das der Forrest? Nein. Ah ja, genau der fehlt auch noch. Also das ist der 860. Wir haben jetzt diesen Raum gesehen, der unendlich ist. Komm in der Vierkarte, der Raum? Und 939, das Reptilien. Ah, meinst du für ein Light Containment? Achso, Light? Ne, warte mal, hä? Wir müssen in die... Office. Entrance. Jo, das ist eine andere Light Containment Zone. Sie den neuen. Wüsst du was? Wir gucken da einfach mal rein. Speichern. Vielleicht ist der Room hier einfach nur eine Finte hier. Guck mal, dass der ins Nichts führt. Na, weiß man es. Da ist links eine rote Tür. Ne, links. Alter, das hat was dir bedeutet. Alter. Das sieht ein bisschen anders aus, ja. Alter, ein Verwalter. Er ist nicht mehr so dünn und transparent irgendwo. Oder nicht sonst ein bisschen leicht transparent. Ja, so ein Weiß auch eben. Weißer. Ja, okay, da gibt es anscheinend. Da kommen wir ja her. Ja, da waren wir überall schon, glaube ich. Ja, okay. Gucken wir lieber die andere Zone, die ist... Sind Sie sich sicher? Nein, aber das ist jetzt... Ich glaube, die neuen SEPs kommen in den anderen Zonen. Da war ja schon das Rote. Ich hab hier den Halt gegeben. Was machst denn du? Ich such hier auch mal irgendwas sehen, wo man schon mal waren hat. Was hat das zu bedeuten? Ach, da kommst du her. Ich hör die Tür. Ich hör die Tür. Ja, die war vorne schon. Hast du nicht gesehen? Nein, was hat das zu bedeuten? Schöne der Geist. Der fliegt ums Eck. Junge, der bewegt... Der bleibt jetzt voll lang. Ja. So, jetzt hier. Wo ging es jetzt hin? Oh, 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 oh. Oh, der kam auch her, oder? Wo ist er? Genau. Was ist das? Alter, und von oben. Das ist eher so eine Spörung. Zwei ineinander? Da kam er aber her, oder? Da muss man da jetzt links... ...ein einzig Platz doch da ... Die Zahnfahrer noch nicht. Ist das random der Zahn? jetzt siehst du da auch nicht oh no motherfucker do it du musst auf die andere Seite ah toll war es nicht mit level 4? das ist ja mies du wolltest ja keine Omni-Card machen weißt du es? das hat es ja nicht mal probiert da war der andere war was hast du gehört? hm ich glaub war nur so ein Ambient Sound ich hoffe es da geht es zurück in die Wald da geht es zurück in die Wald schon wieder mtf oder der Doc? mtf? 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 ah der ist schon nicht von oben gespawnt dahin geblieben Leute was macht der da oben? wir halten ihn im Auge er muss nach da, oder? keine Ahnung wie er ist der Wahnsinn noch nicht noch nicht was lustig wäre wenn wir diesen Doktor in diesen Endless Room da reindingsen könnten mtf? 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 nicht mehr oder so genau die gesicht diese erkennung dass er uns zieht ist jetzt verbessert worden weil du bist ja früher immer wenn du an dem vorbeigekommen bist hatte trotzdem manchmal umgeschrieben 100 jahre ist doch irgendwie das ist jesus christus aber wenn wir an die vorbeikommen dann speichert ja wenn es dann verpackt oder kommen wir da jetzt wieder raus nee geh nicht raus sonst verpackt es vielleicht ja dann geh halt jetzt hab ich gespeich und wir müssen jetzt nicht mehr da reingehen ne da muss ich noch umschreien oh gott oh gott oh gott dieses sound klingelt so ähnlich wie das wenn er anfing zu schreien gell ja gell da weiß man nicht genau oh bitte wenn du jetzt einen fuß siehst ist nicht so gut jetzt hast du wieder raus wäre das diese Backtür die Mama ich kaufen war knackst hast du es geschafft jetzt knack safe ok hm 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 was das ist so fast wie epic breach kompliziert ja sehr Andrew da geht es nicht weiter wir sind alles so gut oh Entrance, okay. Ja, probier's doch mal. Ja, warte mal. Warte mal, ich kann den nicht auslotsen. Was? Nicht da, wo die herkommen, oder? Ne. Jetzt sag's, wo gibt's nicht, oder? Ne. Was? 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 also die hand nein musst du die hin keine ahnung die hand ist weg habe ich dann wirklich müssen die junge dann habe ich dann wirklich müssen ich habe keine ahnung habe ich irgendwann gepanigt oder was oder faul dir irgendwann zum hand ist verschimmelt sie muss frisch sein der zombiearzt hat es mir wahrscheinlich weggenommen ja aber warum soll man jetzt da oben die anderen sitzen ist hier irgendwas gefährliches außer die sounds die mit ich habe die hand nicht bewusst weggeschmissen auf jeden fall das ist ziemlich sicher dass man die da braucht noch mal ob ihr sagt mal ja mal gleich gleich nächstes mal ja da auch alles Irgendwo gibt es die in irgendeinem Raum. Wir müssen zurück zum 940. Ne, hier muss es einen Raum geben. Diesen, mit den Joints. Der ist, glaube ich, in der Entrance-Zahn. Oder? Das ist blöd. Dann suchen wir mal hier in den Bereich weiter. Vielleicht geht ja der andere Entrance-Zahn. Vielleicht gibt es hier noch ein neues, in dem Bereich. Der Wald müsste doch... Das könnte ich mir vorstellen, dass der hier ist. Gut, was der in dem Büro ist. Weil der Eingang ist ja eine Schranktür oder sowas, oder? Nix, schmal. Wir brauchen doch den blauen Schlüssel. Der führt doch eher die Tür zu dem Wald. Blauen Schlüssel. SCP-860. Das ist ja scheiße. Aber wir spielen jetzt schon fast eine halbe Stunde. Ich probier's jetzt nochmal. Kannst du einfach aufhören. Wir haben ja noch nicht alles gesehen, glaube ich. So, das war aber, wo du gesagt hast, das sind alle Türen rot, oder? Ja, das geht nicht. Hätte sein können. Hätte sein können. Da kommen wir her, genau. Gerade Ausbau bestimmt noch nicht, weil du immer erst an die Seite gehst. Was? Ein Liter-Kick-Hack? Ja. Okay. Vorschlag wäre... Nochmal natürlich, bist du ehrlich? Muss... Musst du nicht was umschalten? Ja. Haben wir. Der Schall ist ja nicht wieder zurück. Vorschlag wäre, da gab es so viele Übergänge wieder zurück in die andere Saison. Beste unten wahrscheinlich. Ja, schein. Gehen wir mal bitte mal weiter. Ob ich das da jumpt? Da waren wir mal hergekommen. Da waren wir mal hergekommen. Da waren wir mal hergekommen. Ja, doch schon. Ich glaube, wir wären derselben so wie der Zombie-Tanne. Und der andere kann nicht mehr kommen. Was ist los? Na, wir sind nicht nachgefallen. Wir sind durch die Map gefallen, Leute. Was geht ab? Ich kann jetzt versuchen, zurück zu Nordkrippen, aber... Aber wir haben eh schon eine halbe Stunde. Ja. Dann ist diese Episode vorbei und ich weiß nicht, wir den Spielstand noch mal spielen. Oder? Die Chance ist halt höher, dass wir noch ein neues SCP finden. Also wenn wir ganz von vorne noch mal anfangen. Ich würde lieber noch mal ganz von vorne anfangen. Das nächste Mal. Das glaube ich besser. Na gut. Meine Meinung, ne? Ja. In der Episode gab es, glaube ich, nichts mehr nennenswertes zu sehen. Den Raum, doch. Den Raum der Endlosen. Ja. Dann das neue mit dem Arzt, dass der auch hoch kann. Ja. Ja. Ja, wobei da eigentlich nichts passiert ist. Da ist ja nur in diesem komischen Weg darauf getaucht. Und... Da ist ja... Und das, was da unten passiert, das war nicht übelst paranormal. Dass man jetzt den Generator anschmeißen muss und dass der dann ordentlich... war nicht paranormal. Das war einfach wieder hier ein bisschen tricky und so. Und die Zombies sah neu aus. Da war es schon ein paar neue Sachen. Ein bisschen. Ein bisschen. Aber war jetzt nicht so spektakulär. wie die erste Episode der Version 1.0. Die war richtig pornös. Ja. Ja. Also bleibt geschmeidig wie immer. Abonniert hier unten. Hinterlasst ein Like. Es werden auf jeden Fall noch viele Videos zur Version 1.0 kommen. Ja, stimmt. Außer es kommt wieder ein neues Update. Es kommt ein Update, ja. Jo. Dann bis zum nächsten Let's Play und wir sehen uns. Truths.